heute verdienen wir 9 euro pro klick mal gucken ob da was dran ist ist es geben oder kannst du wirklich pro klick einen klick 9 euro verdienen fast mindestlohn wir schauen uns das an ich bin noch ein bisschen erkältet deshalb sorry dafür aber ich dachte wir schauen uns auf jeden fall das video an das ist doch so spannend du bist auf dem kanal michael kotze und hier findest du vom montag bis freitag immer um 11 uhr neue videos zum thema geld verdienen im internet und wir suchen die besten praktiken im internet damit du auch bald geld verdienen kann ja ich komme ja normalerweise aus dem affiliate marketing und 998 euro habe ich inzwischen schon zusammen und das in dem ich nur jeden tag ein einziges mal klicke klingt verrückt aber es funktioniert jeder einzelne klick bringt mir momentan 9 euro wenn du zehnmal klicks dann sind es 90 euro gehst du 100 mal sind es 900 euro wie das funktioniert und also er hat jetzt diese 900 gezeigt das ist schon cool eigentlich aber wir schauen uns das trotzdem an oder doch diese plattform überhaupt auszahlt und wie du von mir genau hat er überhaupt die 900 euro bekommen oder sind die noch auf der plattform und dann kriegt die ausbezahlt das wollen wir auch wissen bei euro 76 startkapital ganz einfach so geschenkt bekommst alles das erfährst du in diesem live tutorial also bleibt dran hallo hier der steve von geniale geldideen heute mit einer wirklich genialen geldidee als ich das erste mal darüber berichtet habe waren viele von euch total begeistert einige waren auch ein kleines bisschen zurückhaltend weil sie gedacht haben mit einfachen klicks so viel geld zu verdienen da kann irgendetwas nicht stimmen das ja eigentlich schon alles muss ja auch mehrwert geschaffen werden zum beispiel warum soll ich dir geld zahlen 9 euro pro klick oder so oder wie auch immer also ich habe ja schon ein bisschen reingeschnüffelt und so also warum sich jetzt webseitenbetreiber werbung bezahlen wo leute draufklicken und die leute kann sich mein angebot nicht an macht überhaupt keinen sinn aber ok deswegen gucken wir heute auch noch mal auf die frage ist das ein scam handelt es sich um ein schneeballsystem aber vor allem werde ich euch nicht nur zeigen wie ich es mittlerweile schaffe mit der plattform bei per klick 9 euro mit einem einzigen klick zu generieren sondern ich zeige auch eine live auszahlung damit ihr wisst ob und da geht das ist sehr sehr cool ich habe aber noch was in eigener sache bevor wir jetzt weiter sind ich habe ein webinar und dort zeige ich dir das webinar heißt mit affiliate um die welt weil ich reise ja auch um die welt mit affiliate marketing wobei ich die letzten wochen hat immer noch im hals in barcelona in venedig im venedig habe ich mir dann hat die erkältung wegholt und ich zeige dir wie das geht also einfach anmelden und ja ich freue mich auf jeden fall und du kannst dich hier anmelden gratis den link fange ich hier unten in der beschreibung rein zum webinar und machen bei was ihr tatsächlich hier mit geld verdienen könnt und euch das auch ganz einfach auszahlen lassen könnt alles das hier schritt für schritt in dieser anleitung und wenn ihr bis zum schluss dran bleibt erfahrt ihr sogar wie ihr von mir als kleines geschenk wenn ihr es auch ausprobieren wollt schon mal 2 euro 76 startkapital bekommen könnt wenn ihr jetzt schon es kaum abwarten könnt dann klickt gerne mal unten in die video beschreibung da habe ich einen empfehlungslink zu bei per klick reingesetzt schaut euch in ruhe an denn ihr könnt auch komplett ohne irgendwas zu investieren ganz einfach loslegen und da habt ihr natürlich absolut kein risiko dabei wenn ihr zweimal pro woche automatisch informiert werden wollt wenn es neue methoden zum online geld verdienen hier bei geniale geld ideen gibt dann lasst mir doch gerne ein like da und natürlich auch ein abo für diesen kanal rechts oben oberhalb des roten files auf den button klicken oder rechts unten auf den gelben geld sack dann noch fix die glocke aktivieren und alle benachrichtigungen einstellen dann kriegt ihr automatisch eine info wenn es hier montags und donnerstags neue methoden zum online geld verdienen und zum smarten investieren gibt vielen vielen dank dafür und natürlich auch für eure kommentare denn mich würde interessieren glaubt ihr dass es möglich ist mit einem einzigen klick neun euro zu verdienen schreibt es ohne in die ja das geht bin ja mal verliert mal wie ich zeig dir das ja auch im webinar und hallo also mein bildschirm seien okay schauen wir mal ganz kurz klicke ich mal ganz kurz weg ob es jetzt da geht also ja es geht moment wenn man das live aufzeigen es ist doch hallo da bin ich doch jetzt sehe ich mich wieder habe ich schon das ipad genutzt als zweiten monitor und war trotzdem eingefroren hallo ja doch ist das live okay also ja ich mache auch verdient manchmal verdiene ich 400 euro mit ein klick ich habe aber dann halt auch ein produkt danach verkauft die kommentare glaubst du dass es möglich ist mit einem klick neun euro zu verdienen ja oder nein und die auflösung gibt es jetzt ich zeige euch jetzt schritt für schritt wie die plattform funktioniert die plattform heißt bei per klick und ist eine methode wie du online mit klicks geld verdienen kannst wie funktioniert das das ist eine plattform die zwei zielgruppen anspricht einmal sind das unternehmen oder website besitzer die sehr sehr gerne traffic auf ihre webseite bekommen und ich würde da nie traffic kaufen du musst ja dumm sein wenn sie einfach da einfach nur weiter klicken und so und wir werden gleich sehen also wir wenn du webseiten betreiber bist oder so oder affiliate und wird auch ein affiliate link da traffic kaufen oder so und das bedeutet sie können bei per klick beauftragen als us basiertes unternehmen traffic zu erzeugen in dem klicks auf ihr diese webseiten eben erfolgen das heißt du kannst als advertiser unterwegs sein und zahlst dann 0,2 euro also 20 cent für jeden einzelnen klick den du gerne hättest auf deiner webseite und das wird nicht mit bots funktionieren sondern mit echten menschen die auf diese webseite klicken und da mit 20 cent kann man aber schon echt bei facebook man klicks kaufen nämlich conversion aber klicks kann man auch auf anderen plattformen dann echte besucher die draufklicken und die nicht nur geld verdienen wollen ja für 20 dann kannst du schon richtig gute leute bekommen also also gute leute die danach kommst du ins spiel du kannst nämlich als earner 18 cent für jeden einzelnen klick verdienen wenn du auf die website klickst die die advertiser also die anzeigen kunden dir zur verfügung stellen also heißt das die anzeigen kunden 22 cent du bekommst 18 cent das heißt zwei cent für jeden einzelnen website aufruf und es werden jeden tag millionen websites aufgerufen bleiben bei bei per klick als anbieter und das ist das coole daran deswegen funktioniert dieses geschäftsmodell ja und du kannst dadurch profitieren dass du ganz einfach nur einmal auf eine webseite klicken musst und die zehn sekunden anschaust und dafür kriegst du geld klingt erstmal wenig 18 cent aber das kannst du skalieren und wie das funktioniert das zeige ich dir jetzt wenn du dich eingeloggt hast dann steht dir dein backend zur verfügung und in diesem dashboard siehst du alles was wichtig ist so sieht das mal gucken ob man gleich pakete kaufen muss oder so dann ist es sowieso scam wenn du pakete kaufen musst du bei so welchen plattform momentan bei mir aus und du siehst ich habe tatsächlich im moment schon 998 euro angesammelt und das ganz einfach indem ich nur ein einziges mal an einem einzigen tag so ganz wichtig ne ich glaube diesen zahlen immer nur begrenzt weil ich bekomme diese angebote auch von vier und die sagen dann hey wir packen hier 100 euro 500 euro auf dein konto drauf dann kannst du sagen du hast es damit schon verdient möchte nicht sagen dass es das jetzt hier aber ich bekomme diese angebote von firmen und die sagen dann wir bezahlen nicht nicht du kannst aber das gut haben auszahlen lassen so weiß also meistens sind das so firmen die 100 euro oder so und sagen hier zeigt das dann dass du da mit 100 euro verdient natürlich mache ich sonst kämmen nicht klicke denn das heißt nicht dass er das jetzt hier macht das kann sein dass er das hier wirklich verdient hat und so kein aber es gibt diese firmen deshalb vertraue ich diesen zahlen für jeden klick 9 euro mittlerweile warum weil es unterschiedliche pläne gibt die findest du hier unter plans und die idee genau also mit 9 euro mit einem klick oder so da musst du wieder investieren hatten wir schon mal ist wenn du dich anmeldet dann kannst du kostenlos genau einmal am tag klicken und bekommst dann pro tag 18 cent das ist jetzt wirklich nicht viel aber wenn das jeden tag macht dann sind es immer in sechstens immer wieder garantiert 9 euro pro klick auf jeden fall schon mal 60 euro die die auszahlen lassen kannst ganz einfach so eine auszahlung zeige ich am ende dieses videos damit du siehst dass es hier tatsächlich zumindest im moment noch mit rechten dingen zugeht im moment wenn du das schon so sagst so wenn das im moment noch mit rechten dingen zu geht das ist schon schwierig das ist auch genauso die scammer die dann sagen ja ihr könnt euer ganzes geld verdienen die wissen vorher dass es scam ist dass dieses schneeballsystem nur drei monate durchhält wenn überhaupt und in den videos sagen sie dann ja ihr könnt euer geld verlieren und so ne ich sag euch das aber bitte kauft jetzt über mein ding damit ich jetzt noch schnell eine provision bekomme ich mir auszahlen lassen kann das ist eklig so wird dann gibt es natürlich auch bezahlte pläne so dass du ein bisschen geld investieren kannst zum beispiel 30 euro 36 dafür stehen dir eben nicht nur ein kostenloser besuch sondern vier zur verfügung und dann sind das immerhin schon mal 70 cent pro tag und was ich gemacht habe ist also du musst dafür zahlen damit die firmen die werbung gekauft haben für 20 cent angeblich damit die firmen dann halt ihre werbung ausgespielt verstehst du also wenn ich jetzt die firma wäre ich würde 20 cent pro klick bezahlen würde sagen hier habe die einfach mal 5000 euro besorgt mir besucher ich zahl 20 cent pro besucher die firma bekommt dafür auch geld und du musst jetzt dafür geld bezahlen um auf die werbung zu klicken ist das geschäftsmodell richtig erklärt schreibt man gerne in den kommentaren ja also das ist wie wenn du jetzt bei facebook dann noch geld bezahlen muss damit du da auf der werbung klicken wir dürfen erst auf die werbung klicken bei facebook wenn sie dafür geld bezahlen sie müssen wir dieses abo abschließen bei facebook für 100 euro im monat oder 100 euro im jahr und dann dürften sie erst auf unsere werbung klicken ich habe erstmal kostenlos gestartet und habe dann mehrere pläne zusammen gekauft das bedeutet mir steht momentan als aktive pläne ein zero plan der mir 18 cent bringt zur verfügung dann habe ich danach auf den gamma und auf einen zusätzlichen deltaplan aufgestockt das heißt also ich bekomme einen klick in diesem freeplan zero dann habe ich den gammaplan für 91 euro gekauft das ist es mir wert wenn denn falls die plattform nicht mehr verfügbar sein sollte irgendwann man weiß ja nie wie schnelllebig das internet ist dann ist das für mich ein doch das wenn keine neuen leute da mehr kaufen weil es werden ja keine werbetreibenden warum soll ich als werbetreibender 20 cent ausgeben damit dann leute da nur draufklicken damit sie halt geld verdienen und wollen nichts kaufen haben keine kaufabsicht gar nichts also zahle ich auch kein geld versteht das doch nicht so großer für eine seriöse firma will doch 20 cent bezahlen um einfach nur ihren klick haben zu haben nein wir wollen doch halt mindestens mal interessenten haben wenn es hier irgendwann nicht mehr funktionieren sollte also 91 euro habe ich noch mal reingeschoben und dafür kriege ich 14 zusätzliche besuche sind zwei euro pro tag und darüber hinaus habe ich anschließend noch den deltaplan dazu gekauft für 229 habe also in summe etwas über 300 euro investiert und das gibt mir 35 plus 14 plus den kostenlosen besuch jeden tag also insgesamt 50 klicks pro tag die ich habe das siehst du hier 50 von 50 klicks sind jetzt heute noch verfügbar denn ich möchte nicht zeigen wie einfach das funktioniert und das bedeutet für jeden klick kriege ich 18 cent das heißt heute kann ich und das kann ich von jetzt an täglich mit jedem einzelnen klick schaffen 9 euro auf einmal verdienen und das funktioniert folgendermaßen aber wie hat er jetzt die 998 euro schon verdient ja da jetzt nicht über die wenn man jetzt alles zusammenrechnet wie viel hat er da verdient das sind ja schon 100 tage oder so haben wir noch mal zurück also wir haben hier 18 cent was hat er dann noch oder machen wir anders das sind ja immer gleichen cent wie viel war das jetzt 18 cent 50 x 18 cent oder so wo war das jetzt rechner rechner 50 mal 0,18 sind 9 euro am tag hat er gesagt wenn er jetzt über 900 euro schon verdient hat dann hat er ja schon 100 tage diesen plan komplett ausgeführt ja er wird vielleicht ein bisschen affiliate provision da rein gewonnen haben oder ist aber rein theoretisch von der logik her dass er schon 100 tage gemacht bei 900 euro einnahmen wo kommen die 900 euro her ja ein bisschen nach für die professionen so paar leute haben sie angemeldet über seinen link oder sind die 900 euro komplett verliert und fassbar ist hier irgendwann nicht mehr funktionieren sollte also 91 euro habe ich noch mal rein geschoben und dafür kriege ich 14 zusätzliche besuche sind 2 euro pro tag und darüber hinaus habe ich anschließend noch den delta plan dazu gekauft für 229 habe also in summe etwas über 300 euro investiert also 300 euro investiert damit er werbung anschauen kann wofür leute dann 20 cent bezahlen wir wissen das gibt mir 35 plus 14 plus den kostenlosen besuch jeden tag also insgesamt 50 klicks pro tag die ich habe das siehst du hier 50 von 50 klicks sind jetzt heute noch verfügbar denn ich möchte ihr euch zeigen wie einfach das funktioniert und das bedeutet hier vorne er hat 618 leute geworben 0 von 618 oder kein geworfen aber jetzt 618 beworben oder kann aber nur von für jeden klick kriege ich 18 cent das heißt heute kann ich und das kann ich von jetzt an täglich mit jedem einzelnen klick schaffen 9 euro auf einmal verdienen und das funktioniert folgendermaßen was ich ja lustig finde wie finanz wie wenn du ja geschäftswann bist können ja gerne mal jemand reinschreiben der das jetzt schon macht oder so was sagt ihr endlich den finanzamt für die rechnung dass ihr müsst ihr dann halt die die rechnung von der steuer absetzen weil ihr da halt was gekauft habt werbedienstleistung ich dir eine vernünftige rechnung dann über die was ihr dann weil ihr müsst ihr auch die gewinne was ihr dann ausbezahlt bekommen wenn ihr was ausbezahlt bekommt müsst ihr auch versteuern also müsst ihr auch da halt wenn ihr so ein paket kauft ordnungsgemäße rechnung bekommen damit ihr das beim finanzamt meldet sagt hier wir haben das hier ausgegeben also überhaupt nicht ob das zulässig ist ganz amt so ein geschäft aber ihr könnt ja sagen ihr habt dann weiß es nicht aber das wäre ja mal ganz lustig weil sonst müsste ja die kompletten die komplette auszahlung versteuern wenn ihr diese pakete nicht beim finanzamt meldet als ausgaben macht das jemand bleibt mal gerne den kommentar das würde mich lustig ich muss einfach nur hier auf klicken und schon läuft das ganze los und ich muss wirklich nur ein einziges mal klicken es war so nicht gelogen sondern es funktioniert denn es geht ganz automatisch ich klicke auf und dann siehst du dass hier unterschiedlichste websites aufgerufen werden und auf der linken seite siehst du wie lange diese website laufen müssen 3 2 1 0 die keine website aufgerufen wird auch da die webseite ach so und dann siehst du rechts oben wurden 18 cent meiner wallet gutgeschrieben und schon wird die nächste website automatisch aufgerufen und du siehst das sind aus ok russisch ok was bringt dir das auch als werbetreibender wenn du deutschsprachige leute ansprichst auf einer russischen webseite ich kauf doch da niemals also nicht dass ich etwas gegen russen hätte ich schätze mal das ist gut aber ich kann doch da sowieso nichts kaufen erstmal kann ich die sprache nicht lesen und gleichzeitig versenden vielleicht gar nicht nach deutschland also haben hat sich für die firma die 20 cent ausgabe für den klick schon mal nicht gelohnt aus unterschiedlichsten ländern teilweise online shops teilweise irgendwelche blog artikel was auch immer und die laufen jetzt durch einen einzigen klick jedes mal ganz automatisch weiter durch links siehst du immer wie die zeit abläuft also habe ich schon drei websites aufgerufen habe insgesamt schon mal dreimal 18 cent das siehst du hier rechts oben verdient und das kannst du jetzt einfach im hintergrund laufen lassen du musst nur ein einziges mal was mich auch stürzig macht dass das immer der gleiche preis ist weil firmen geben ja auch unterschiedlich geld aus für werbung zum beispiel bei facebook oder woanders kosten klicks immer 50 mal wird so eine webseite dann hier komplett automatisiert aufgerufen und die bringt mir jetzt jeden einzelnen tag 9 euro und du siehst wenn ich hier im rausspringen dann sind hier schon mal insgesamt sechs von den 50 klicks die ich heute verfügbar habe durchgelaufen das läuft jetzt automatisch im hintergrund weiter du kannst da zwischendurch einen kaffee trinken gehen oder dir was zu essen holen oder so muss einfach nur das fenster offen lassen mit einem einzigen klick läuft das ganze durch mittlerweile ist meine balance auch schon angestiegen das heißt 9 euro pro tag machst du das ganze also zehn mal zehn tage hintereinander hast du insgesamt 90 euro machst du das 100 nach der logik wäre es ja dann macht schon 100 tage mit diesen paketen tagelang also drei monate lang dann sind es logischerweise 900 euro und ich habe etwas über 300 nur eingesteckt das bedeutet nach etwa 33 tagen habe ich das ganze schon raus das heißt wenn ich einen monat einfach nur mich daran erinnert dass ich einmal jeden tag klicken muss und alles weitere automatisch läuft dann für mich sieht es aus wie ein schneeballsystem wenn keiner mehr investiert ist das ding platt weil keiner da werbung schaltet habe ich schon meinen einsatz wieder raus und ich bin ziemlich sicher dass es diese plattform noch länger als einen monat geben wird wichtiger hinweis dabei du weißt natürlich nicht wie lange so eine plattform funktioniert ich glaube nicht dass es die antwort auf die frage die viele von euch gestellt haben dass es sich hier um ein schneeballsystem handelt denn es ist ja nicht so dass du werben musst du musst niemanden werben ich habe das getan das kannst du auch machen denn du bekommst natürlich auch wenn jemand investiert davon eine provision und dafür aber du kannst selbst komplett kostenlos starten du bist nicht gezwungen andere mitglieder für diese plattform zu werben und du musst nicht an einem plan in ja mit ein klick eigentlich am tag kannst du starten investieren um trotzdem geld zu bekommen und dir dieses geld auszahlen zu lassen also es ist kein schneeballsystem es ist ein echtes geschäftsmodell dahinter es gibt viele plattformen die ähnlich funktionieren menschen kaufen anzeigen andere menschen werden dafür bezahlt dass sie bestimmte aktionen machen und die differenz so wie es gerade erklärt habe bleibt dann bei der plattform das heißt sie verdienen auch mit einem echten geschäftsmodell geld dann brauchten sie auch diese plans nicht wenn ihr ja pro klick verdienen brauchten wir diese platz hier können sofort sagen hier du kannst jeden tag fünfzig mal klicken und wir verdienen ja noch mehr weil sie sich dann hat noch mehr leute anmelden und klicken wenn die keinen monatlichen plan haben oder die machen nur fünf euro gebühren oder den größten plan oder so weil die sagen hey dann kommen die leute auf jeden fall auch garantiert wieder wenn sie fünf euro aus wenn ihr pro klick verdienen brauchten wir diese platzieren können sofort 50 klicks werden freischalten und von mir aus einen plan dann machen für 1000 klicks also am tag aber wenn ihr klick verdienen dann würde ich doch das gratis machen die einstiegshürde so gering dass dann halt ganz viele klicken oder nichtsdestotrotz solltet ihr überlegen und recherchieren und nur geld investieren wenn ihr wirklich einen dieser pläne hier kaufen wollt das ihr auch nicht unbedingt braucht und auf das ihr im notfall verzichten könnt für mich sind 90 euro oder mein finger 200 euro es wert das auszuprobieren wenn das ein monat läuft bin ich schon im plus es gibt aber zwei möglichkeiten wie es machen könnt ihr könnt die pläne wie ich es gemacht habe kombinieren so dass ihr neun euro pro tag ihr könnt aber auch 20 euro pro tag verdienen je nachdem wie viele investieren wollt das ist der ach so er ist ja auch erst seit 31 meine diesen zero seit 31 mai 2022 hat er sich höchstwahrscheinlich angemeldet oder es gibt ja immer ein jahr also von mai bis jetzt juni hat er einfach mal 999 euro verdient aber viele klicks gemacht habe den zeitraum oder oder sehr viele partner gewonnen investiert haben etwas risikoreichere planen als strategie die einfachste möglichkeit ist nur sich anzumelden ihr bekommt dafür wenn ihr euch über den link unten anmeldet 2 euro 76 startkapital dafür und ihr könnt das ganze natürlich dann auch wenn ihr zeit habt nach und nach steigern ihr könnt also ganz einfach sagen ich nehme diesen zero plan der bringt früher gab es bei geniale geldideen echt coole sachen immer mal wieder auch alles so ein bisschen übertrieben aber das finde ich 18 cent pro tag ein einziger klick und lasse das so lange laufen bis ich so viel geld habe dass ich in den nächst höheren plan wechseln kann denn ihr könnt auch mit den earnings also mit dem was ihr erspielt habt das sind bei mir jetzt hier nur durch meine klicks 121 euro natürlich auch einen plan kaufen so dass ihr durch eure er hat 2110 verdient er hat nur mit seinen klicks 121 euro verdient und 2000 euro bonus für geworbene kunden ja 2110 verdient steht genau sehe ich jetzt gerade erst sind dann halt für die 618 leute also euch die erhalt hat halt 2000 euro verdient wert ist ja okay kann man machen aber insgesamt 2100 und er hat dann davon schon 1100 gut ausbezahlt und 1000 sind auch auf der plattform oder was der eigene arbeit letztendlich geld verdienen können das sind die beiden strategien die ihr hier habt die frage ist jetzt wie funktioniert das mit der auszahlung und funktioniert das überhaupt ja es funktioniert und zwar ganz einfach einmal in der woche dann bekommt ihr nämlich wenn ihr euch angemeldet haben diese e mail hier hi steve heute ist payout tag und dann kannst du hier draufklicken auf withdraw now und kommst dann automatisch auf die auszahlungsseite und ab schon 20 dollar also ab 18 euro kannst du dein geld auszahlen lassen und das sieht dann folgendermaßen aus das machen wir jetzt nämlich einmal live dann ist nämlich diese webseite hier freigeschaltet und ihr könnt entweder in kryptowährungen auszahlen oder über perfect money oder über pay year ist eine art online brieftasche sowie paypal ebenfalls ihr könnt euch da kostenlos anmelden und habt dann die möglichkeit wenn ihr eben nicht auf einer kryptobörse unterwegs seid ganz einfach euch hier zu registrieren ich kriege jetzt kein geld dafür wenn ihr diese webseite hier nutzt aber es ist eine möglichkeit auch ohne großartige kryptowallet hier mit zu agieren ihr habt die möglichkeit dann eben aber achtung ihr müsst das ja trotzdem versteuern auch wenn ihr das bitcoin ausbezahlen lasst oder sonstiges Transaktionen mit kryptowährungen zu machen und könnt das ganze einzahlen und auszahlen lassen über eure kreditkarte die dann mit pay hier eben verknüpft ist und das ganze kostet so überhaupt nichts ihr könnt es nutzen und könnt dann in unterschiedlichsten währungen geldgeschäfte transferieren und machen und vornehmen das ist eine möglichkeit ich selber bin nicht bei pay year ich habe einfach meine kryptowallet hier verknüpft wie funktioniert das du willst ganz einfach die art und weise der auszahlungsmethode aus die du gerne hättest du kannst in dogecoin oder in bitcoin auszahlen und das schöne ist du siehst dann hier unten gleich das adressformat in dem das ganze auch auszusehen hat weil eine xap also eine ripple adresse sieht ein kleines bisschen anders aus du kannst du noch ein tag vergeben wie beispielsweise eine pay year adresse das ist das format eine pay year adresse damit du sicher sein kannst dass du das richtige format eingibst und ich würde jetzt einfach mal testweise in bitcoin auszahlen ich muss mindestens 18 euro und 40 cent also umgerechnet 20 us dollar auszahlen lassen gebe dann hier meine bitcoin adresse von meiner wallet die ich momentan bei der kryptobörse kraken habe ein die kann ich mir also ganz einfach von meiner wolle darüber kopieren und gebe dann hier unten ein wie viel geld ich denn auszahlen lassen möchte jetzt ist mittlerweile dadurch dass ich ja jedes mal ganz ehrlich wenn ich eingefroren also ganz ehrlich wenn ich dann halt wie geld da drauf hätte will ich sofort immer alles runterholen von der plattform so schnell wie möglich also wenn du das machst bitte mal ganz kurz kommen jetzt geht ich würde sofort immer alles runterholen ich würde da nie 1000 euro drauf lassen hätte schon längst selbst 150 euro drauf ist immer 50 euro unterholen oder keine ahnung was aber das geht ja gar nicht mehr gleichzeitig auch dem man bitte die gebühren an gerade bei so einer kleinen summe du lässt dir dann halt 20 dollar auszahlen also 18 euro 40 und es kommen nur 10 euro an bei 7 euro 60 sind gebühren weiß bitcoin und so ist teuer aber du kriegst nur die hälfte fast ausbezahlt oder so die andere hälfte sind fast hoffentlich zahlt er 1000 aus oder so aber guck mal bitte wie viel gebühren da einfach weg sind musst du ja auch nochmal wenn du dann halt 9 euro am tag oder so kannst du damit rechnen dass aber nur 5 euro bei dir ankommen und 4 euro gebühren sind oder sowas im hintergrund weiter das geld kriege schon meine balance auf 1000 euro angewachsen ich sage mal ich möchte beispielsweise 850 euro auszahlen lassen dann siehst du es wird auto ok da wird zum vergleich sind natürlich bisschen weniger gebühren dann aber das sind ja immer noch 5 prozent oder so 5 prozent gebühren mal eben automatisch eine gebühr von 42 50 abgezogen das ist ganz normal und das ist auch gleich bei allen auszahlungsmethoden du hast also fünf wenn das eine seriöse firma wäre die das auch per überweisung macht oder so das ist nicht ganz normal so normal ist warum überweisen jetzt nicht warum also wenn eine firma schon nicht mit paypal zusammenarbeitet dann sagt paypal hey wir haben sicherheitsbedenken mit der firma zusammenzuarbeiten prozent transaktionsgebühr die ebenfalls dann bei bei per klick bleiben das ist aber auch völlig in ordnung finde ich also je mehr du auszeitst und so höher wird das auch aber sind immer fünf prozent egal bei welcher auszahlungsmethode ich würde also in summe 807 wieso sind das immer fünf prozent wir haben doch gerade gesehen dass es fast 50 prozent sind wieso sind das immer fünf prozent wir haben doch gerade gesehen das war noch mehr das sind doch hier wie viel sind das da sind 40 prozent oder so keine ahnung was 50 euro auszahlen lassen dann siehst du es wird automatisch eine gebühr von 42 50 abgezogen das ist ganz normal und das ist auch gleich bei allen auszahlungsmethoden du hast also fünf prozent transaktionsgebühr die ebenfalls dann bei bei per klick bleiben das ist aber auch völlig in ordnung finde ich also je mehr du auszeitst und so höher wird das auch aber sind immer fünf prozent egal bei welcher auszahlungsmethode ich würde also in summe 807 sind immer warum warum erzählt er so etwas stimmt doch wir haben es doch gerade gesehen euro auf meine wallet gutgeschrieben kriegen muss nichts anderes mehr machen als auf withdraw funds zu klicken und schon ist alles erledigt und dann siehst du in ungefähr fünf stunden steht hier rechts oben wird der betrag mehr gutgeschrieben werden in der letzten woche ich weiß jetzt auch nicht warum er nicht alles ausbezahlt hat weil sorry ich würde da nicht 150 euro drauf lassen warum am letzten freitag hat sich testweise gemacht habe in der vorbereitung für dieses video hier war das innerhalb von fünf minuten bereits auf die wallet gebucht vielleicht schaffen wir es ja auch so innerhalb dieses videos noch den beweis dass wir anzutreten bitte schau dir auch auf jeden fall das erste video mit vielen weiteren hintergrundinformationen zu bei per klick an ich habe das unten nochmal in der video beschreibung verlinkt damit du dir noch ein etwas besseres bild machen kannst für mich ist das mittlerweile eine der wo ist der beweis dass es angekommen ist also beweis wäre jetzt zu sagen hey hier das ist wallet aber ok der coolsten und witzigsten und verblüffendsten und funktionalsten entdeckungen der letzten monate es funktioniert einfach du klickst ein einziges mal pro tag und automatisch verdienst du ganz einfach hier geld also ganz ehrlich finger weg davon aber sowas von finger weg rennen du kannst kostenlos starten und wenn du es ausprobieren möchtest dann kriegst du das natürlich gerne in den kommentaren schreiben wenn du sagst hey das ist einfach das geilste michael du bist dumm wir verdienen so viel geld wir sind alle millionäre bald wir kaufen noch das nächste paket und so und verdienen dann oder wir machen zehn accounts auf und machen dann 99 euro am tag mit zehn accounts und wir arbeiten dann gar nicht mehr weil wir dann halt 90 euro am tag verdienen und haben einfach zehn accounts wir investieren das dann halt immer und dann machen wir den elften account und den zwölften sag gerne bescheid wenn du das magst und du hast du sogar noch einen zweiten computer gekauft um das zu machen und so ja schreibt gerne in den kommentaren dann bin ich halt dumm von mir wenn du meinen code und meinen link verwendest 2 euro 76 startkapital sodass du nicht mehr so lange warten musst bis du deine erste auszahlung machen kannst übrigens noch ein kleiner bonus tipp wenn du ein paar freunde verwandte bekannte hast die das auch cool finden würden die schon immer eine möglichkeit gesucht haben im internet geld zu verdienen dann kannst du natürlich auch deinen eigenen affiliate link verwenden den schickst du deinen freunden verwandten bekannten das ist der den findest du hier unten ich würde niemals so ein scheiß bewerben niemals nein ihr bekommt so ein scheiß von mir nicht und umfassbar unter referral link und natürlich könnte ich damit geld verdienen natürlich würde sich der ein oder andere anmelden wenn ich sagt das ist cool aber es ist nicht cool das ist eine coole sache schau dir das an ihr könnt auch gerne meine videos verteilen auf facebook verlinken wo auch immer um den menschen zu erklären wie das ganze funktioniert und dann bekommt ihr eine provision jedes mal wenn jemand von euren freunden oder bekannten ebenfalls so einen plan kaufen sollte aber wie gesagt ihr müsst keinen plan kaufen ihr könnt das ganze auch komplett kostenlos starten ausprobieren und testen und habt dann natürlich absolut kein risiko und das ist das schöne an dieser plattform ihr müsst nicht werben ihr müsst kein geld investieren dann dauert es halt aber nur ein klitzekleines bisschen länger lasst mich gerne wissen was ihr von bei so also werde ich finde es nicht cool also dann kommen die bei meinem webinar rein und ich zeige ihnen eine strategie mit affiliates macht um die weltreise richtig coole strategie das ist wirklich etwas hand und fuß du hast nachher deine eigene webseite die dir halt Geld verdient deine eigene und du verdienst bis zu 50 prozent teilweise sogar noch ein bisschen mehr provision bei digitalen videos und so weiter über die ist mein name ist michael kurzum sorry ich bin immer noch ein bisschen ergältet aber hey ich wollte das video auf jeden fall für euch machen bitte ich freue mich natürlich über ein gleich und abo raus ich habe ja bei dir noch ein video check das ab ich bin ich habe bitte ein